Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival-Stub über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Der ultimative Schusstest mit der AIDA 130 Pfund. Unterschiedliche Pfeile, unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Ziele, also bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Denn ich will wissen, was kann ich durchschießen, wo wird es gefährlich, wie kann ich mich schützen, kann ich durch eine Hauswand durchschießen, welche Materialien helfen. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht lang, sondern wir fangen gleich einmal an. Ja, ich habe hier ein Bodenblech von so einem Ofen, das ist, was steht da drauf? Alteisen gehämmert, also ich kann es biegen, so ja, das geht, mehr geht nicht. Da schießen wir jetzt drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Meter. Ja, ich bin so gespannt. Daneben geschossen, okay. Wahnsinn. Wie man in Österreich sagt, das geht da einfach durch wie Butter, der hat jetzt einfach hier hinten, schau her, der wäre durchgegangen, der hat ja hier auch richtig schön die Federn abrasiert, das geht da durch wie Butter, also das Blech, das hilft überhaupt nichts. Boah, Wahnsinn. Noch einmal, noch einmal. Selbe Distanz, ich lade. So, ich bin so gespannt. Okay, ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Schau mal her, also es liegt nicht, nicht daran, dass der das abgestoppt hätte, also das steckt dann schon drin aufgrund, ja, weil diese Federn das da halten. Ja, gut, ich habe Pfeile, die kann ich jetzt kübeln. Aber kann das sein, dass das wirklich nur gestoppt wird durch diese Federn? Ich will das jetzt doch einmal wissen. Und zwar, ich ziehe jetzt den da, da raus oder ich stoße ihn durch, ist vielleicht einfacher. Ja, und dann schießen wir da noch einmal drauf. Ach ja, dass ich nicht vergesse, billige Eigenwerbung natürlich. Die Äder und die ganzen Pfeile und das Zubehör, die gibt es natürlich bei mir im Shop. Wir haben alles lagern und lieferbar jetzt aktuell. Also, schau rein, es lohnt sich. Also, ich habe den Bolzen jetzt rausgeholt und schieße jetzt mit dem Bolzen ohne Befeder rum und will sehen, was sich da tut. Okay, wieder selber entfernen. Dieses Mal der Bolzen ohne Federn. So, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Der ist durch, der ist durch, der ist durch. Der ist jetzt durchgefahren. Da, ja, 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 ja. Der steckt jetzt da hinten. Also, es ist doch so, wie ich vermutet habe, dass die Feder hier, diese Befederung, das aufhält. Aber sonst, mit den normalen Bolzen, wie gesagt, das ist der rote Bolzen, der eigentlich für die Äder gar nicht gedacht ist, fetzt das einfach durch. Ich habe eine Gipsfaserplatte. Keine Gipskartonplatte, sondern eine Gipsfaserplatte. Ob das da durchgeht? Gut. Also, zwei Bolzen, wieder rote Bolzen. Was glaubst du? Ich bin so gespannt. Wow. Nochmal. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich es euch sagen würde. Gipsfaserplatte. Ohohohoho. Gipsfaserplatte. Durchgeschossen. Und ich vermute, dass der wahrscheinlich auch durchgehen wird. Diese Federn halten den auf. Und ich will das wissen. Ich will das wissen. Also, ich hätte niemals gedacht, dass ich da durchschießen kann. Ich nehme jetzt wieder den Bolzen ohne Befederung. Und bring den da rein. Oh, ich bin gespannt. So. Okay, was war da jetzt? Okay, der ist nicht durchgegangen. Das kann ich gleich einmal sagen. Probieren wir den blauen Pfeil. Das sind die Original Bolzen. Also, die roten mit denen ich hier schieße. Die sind eigentlich für die Äder nicht, naja, gemacht. Da ist es manchmal so, dass die Federn nicht reinpassen. Also, eigentlich sollte man mit dem blauen schießen. Oder wenn du dir blaue kaufst, so muss man sagen. Kriegst du sie auch im Shop. Dann ist es so, dass die hundertprozentig in das Magazin passen. Manchmal ist das nicht so. Der hat mehr Gewicht. Ich schaue, ob der durchgeht. Scheiße, ja. Ah. 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 Der ist durchgegangen. Okay, der ist hängen geblieben. Der hängt da. Schau her, das war der erste. Den hat es durch... Und da ist der blaue durchgeschossen. Schau, da sieht man sogar noch das blaue Ding, die da hängen. Und der liegt da unten. Da liegt er. Der ist einfach durchgegangen. Da hat das Loch. Gut, eine Gipsfaserplatte in Ordnung. Na gut. Aber zwei? Geht das auch mit zwei? Gut, ich habe die zweite Platte davor gestellt. Und da kommt jetzt der blaue Bolz rein. Blau ist er ja nicht mehr, aber der Bolz mit der Schraub. Mit der Schraubspitze. Und jetzt ist es ein Bolzen. Weil jetzt ist keine Befiederung mehr drauf. Wenn du das magst, bitte aufpassen, dass wirklich die Nocke genau passt. Daher sage ich das noch einmal dazu. So, jetzt schieße ich. Einmal habe ich jetzt gerade hingeschossen. Da habe ich vergessen die Kamera reinzuschalten. Also ich kenne das Ergebnis schon. Aber vielleicht ist es ja dieses Mal anders. Was glaubst du? Was glaubst du? Ja. Es fehlt er um. Aber das hat er nicht geschafft. Schau mal, da ist er. Der steckt da. Das war auch beim ersten Schuss so. Also das steckt. Das geht dann einfach nicht mehr durch. So, jetzt muss er ein bisschen herum tun. Schau mal her. Weil man kann die Spitze abschrauben und dann hat man nur mal den Schaft. Das bleibt dann stehen. Den werde ich jetzt da noch raus operieren. Und dann gehen wir ein bisschen näher ran. Weil ich will wissen, ob das geht. Eins, zwei, drei. Drei Meter. Ich hole dich ein bisschen näher her. Da. Das ist jetzt was wird. Ich setze meine Schutzbrille auf. Ich bin gespannt. Schreib mir gleich einmal einen Kommentar. Gibt es Faserplatte drei Meter? Ja oder nein dazu? Obwohl er das Ergebnis noch nicht weiß. Ich bin gespannt. Irgendwie bin ich ein bisschen nervös. Schauen wir mal. Da hat es hinten gleich was rausgefetzt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja also das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Die hat es durchgeschlagen. Schau her. Das hat die Ecke rausgeworfen. Aber der geht nicht durch. Also zwei Gipsfaserplatten. Die Platten direkt aneinander. Geht auch bei drei Meter. Nicht wirklich durch. Ja Gipsfaserplatte wissen wir jetzt. Also im Innenbereich so auf Fun-Shooting oder sowas. Aufpassen, Bernard. Ja. Wenn das nur so eine Innenwand ist. Jetzt habe ich eine USB-Platte mitgebracht. Wir bleiben gleich auf drei Meter. Ich glaube das braucht das jetzt. Ich schieße einmal mit dem roten Pfeil. Ich bin gespannt. Okay. Und jetzt noch einmal. Ja. Ah Blödsinn. Den muss ich erst reinlegen. Den blauen Bolzen. Also blau ist er ja nicht mehr. Aber den original Edder Bolzen sozusagen. So. Immer schön schauen, dass alles sitzt. Passt. Was glaubst. Geht der durch? Geht der durch? Schrei einen Kommentar. USB-Platte drei Meter. Also. USB-Platte. Ja. Ist sicher. Die stecken zwar. Sie hat richtig durchgeschossen. Schau. Die drei Meter. Sie stecken wirklich. Also hat sie durchgeschlagen. Aber geht nicht durch. Das heißt. USB-Platte. Ja. Das passt. Ja. Wie viel Schutz bietet eine klassische Teppich-Vliese? Ich habe jetzt drei Stück genommen und habe sie zusammen gefalken. Und hier vorne hin. hingestellt. Ich bin wieder auf den drei Metern. Was glaubst du? Schreib mir einen Kommentar. Drei Teppich-Vliesen? Ja oder nein? Schon gespannt. Okay. Also. Schau hier. Der erste ist stecken geblieben. Ich habe nur rote Pfeile benutzt. Ja. Und der zweite. Der ist weiter reingegangen. Aber auch stecken geblieben. Schau hier. Also drei. Halten. Drei. Also nebeneinander. So sechs Teppich-Vliesen. Ja. Die kann man nicht durchschlagen. Also die würden ein bisschen Schutz bieten. Ich will mehr. Ich will mehr. Vier Teppich-Vliesen. Mit einem normalen roten Bolzen. Das geht. Was glaubst. Jawohl. Durchgeschlagen. Durchgeschlagen. Schau hier. Da. Da steckt er. Also das ist durchgegangen. Ohne irgendwas. Das ist wirklich. Wow. Okay. Okay. Also vier. Kann man durchschlagen. Okay. 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 Ich habe jetzt zehn Teppich-Vliesen. Und ich möchte wissen, ob die Schutz bieten. Vor einem blauen Bolzen. Auf drei Meter. Mit der 130 Pfund. Oder. Also mit dem 130 Pfund Bogen. Kann man jetzt genau schauen. So. Was glaubst du. Schutz. Ja oder nein. Let's go. So. Okay. Okay. Nicht durchschlagen. Nein. Nicht durchschlagen. Vorne rein. Und hinten ist gar nichts. Also das ist nicht durchgegangen. Also zehn Teppich-Vliesen schützen vor drei Meter auf so einem Bolzen. Das ist auf jeden Fall. Besserer Schutz. Hahaha. Gips-Kartonplatten. Ja. Das sind so Tellwolle. Oder dem Mineralfaserwolle. Ich habe da jetzt zwei. Das ist eigentlich so eine Rohr-Isolation. Ich habe da jetzt zwei zusammen gegeben. So dick sind die ungefähr. Schau. Ich schätze jetzt mal zehn Zentimeter. Ob das durchgeht. Drei Meter. Roter Pfeil. Bolzen. Was meinst du? Schau mal einen Kommentar. Gespannt. Oh. Äh. Ja. Uh. Da rein. Da raus. Und hier stecken geblieben. Hahaha. Das ist gar nichts. Es geht durch wie nichts. Ja das mit diesem Mineralfaser-Dämp-Dingsbums, das hat mich schon irgendwie nachdenklich gemacht. Das ist bei einer Innenwand. Zweimal Gipsfaserplatten. Und dazwischen. Ja das ist Mineralfaser-Ding. Das ist ja überhaupt keine. Das hält überhaupt nichts aus. Drei Meter. Roter Bolzen. Die sind jetzt zehn Zentimeter voneinander. So ungefähr. Von ständig voneinander entfernt. Ob ich da durchschießen kann. Was glaubst du? Okay. Okay. Roten Bolzen. Schauen wir uns gleich an. Also die gute Nachricht. Die roten Bolzen, die gehen nicht durch. Die stecken jetzt hier in der ersten Faserplatte. Und jetzt schießen wir noch mit dem blauen. guter blauer. Schwerer natürlich. Gespannt. Schreibe einen Kommentar. Zwei Gipsfaserplatten. Innenwand. Blauer Bolzen. Ja oder nein? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also. Die erste Faserplatte. Hat er durchgeschlagen. Die ist nicht da. Weil die roten stecken noch da. Und das ist wie durch. Jetzt bin ich gespannt. Gott im Himmel. Unglaublich. Unglaublich. der ist. Schau her. Der ist da rein. Dann ist dann da durch. Scheiß mich an. Entschuldige. Entschuldige. Wenn Kinder anwesend sind. Und da liegt er jetzt. Ich bin momentan irgendwie irritiert. Einer. Ein Schuss. Geht durch durch die zweite. Und liegt dann da. Na ja. Das ist schon allerhand. Ich meine. Dass die blauen Bolzen mit diesen Schraubdingern. Mehr Gewicht haben. Und dadurch mehr Wumms haben. Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist jetzt ein kleines Fazit. Das bedeutet. Wenn du Indoor trainierst. Indoor schießt. Mit dieser taktischen Armbrust. Dann eine Innenwand. Zu durchdringen. Mit diesen blauen Bolzen. Auf drei Meter. Jetzt. Ist anscheinend. Kein Problem. Luftpolster. So eine Noppenfolie. Zum Einwickeln. Nicht ganz. 20 Zentimeter. Ob das da durch geht. Drei Meter. Zwei Schuss. Einmal. Roter Bolzen. Also der leichtere. Der steckt. Der steckt. Der geht da nicht durch. Der hat das gleich umgeworfen. Der geht auch gar nicht durch. Da sieht man auf der Rückseite auch nichts. Das passt alles. Jetzt mit dem blauen Bolzen. Gut. Der rote Bolzen ist nicht durchgegangen. Und jetzt der blaue. Was glaubst du? Schreib einen Kommentar. Drei Meter. Blau. Luftpolsterfolie. 18 Zentimeter ungefähr. Ja. Das geht auch nicht durch. Schau mal. Da steckt er. Und hinten schaut auch nichts raus. Also das ist. Wenn du also ein Schutzschild willst. Gegen Armbrust schießen. Dann musst du dich in die Luftpolsterfolie einwickeln. Ja und weil auch immer die Frage kommt. Was sind so alternative Zieleinrichtungen. Das hier zum Beispiel. Lässt sich relativ leicht rausziehen. Ist recht günstig. Kann man dann noch immer wieder verwenden. Und daher noch einmal. Meld dich an zum kostenlosen Newsletter. Da schicke ich immer wieder mal Reviews. Die es nicht auf YouTube gibt. Und ein paar Anleitungsvideos. Wie du eigene Ziele baust. Wie du das tunen kannst. Und sowieso. Und überhaupt zum Bogensport. Und schießen sowieso. Also wenn dir das interessiert. Trag dir ein. Schießt die Armbrust durch das da durch. Das ist eine Waschmaschinen Unterlage. Und die habe ich gesehen. Und habe mir gedacht. Auf was muss ich schießen. Waschmaschinen Unterlage. Hast du das schon einmal gehört. Na ja. Drei Meter roter Bolzen. Geht das durch. Was glaubst du. Also. Durchschlagen hat es. Ja. Aber ist nicht wirklich durchgegangen. Das ist schon einmal. Ja. Das ist schon einmal ganz gut. Aber wir wären hier nicht. Beim ultimativen Schusstest. Wenn ich nicht auch mit dem. Blauen Bolzen mit Glück versuchen würde. Ob der durch geht. Ja. Also nein. Waschmaschinen. Auch der geht nicht durch. Was. Beweist. Also eine Waschmaschinen Unterlagen. Dingsbums. Das ist Schutz. Ich kenne das unter dem Namen Styrodur. Nicht Styropor. Sondern Styrodur Dämmmaterial. Nehmen wir jetzt zwei so Platten. Und schauen ob wir da durchkommen. Der erste ist wieder der rote Bolzen. Der zweite der blaue. Und schauen wir ob wir da durchkommen. Ich schiss einmal aus der Hüfte. Und jetzt mit dem blauen. Auch aus der Hüfte. Also das schaut irgendwie danach aus. Dass zwei so Styrodurplatten. Überhaupt keine Wirkung haben. Also. Einmal rein. Einmal rein. Einmal raus. Einmal raus. Da. Und dann. Ja. Da stecken die zwei. Einmal. Und zweimal. Gut. Zwei sind zu wenig. Akzeptiere ich. Jetzt haben wir fünf. Und wie gehabt. Roter. Bolzen zuerst. Aha. Und jetzt der blaue. Fünf scheint genug zu sein. Jaja. So. Hmhm. Fünf von diesen. Ich schätze einmal. Zwei. Über 2 cm. Platten. Reichen aus. Um die Funde. Aufzuhalten. Und was ist wenn ich eine Schaufel habe. Könnte ich mir dann den Pfeil irgendwie. Und den Bolzen abwehren. So wie ein Konkur Master. Schauen wir uns gleich an. Wie immer. Roter Bolzen zuerst. Wie finde ich das eigenartig. Ob das geht? Hohoho. Okay. 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 Schau mal. Hier. Wird ein Loch gestanzt. Ich habe keinen Durchschauen. Aber er ist nicht durchgegangen. Der rote Bolzen ist nicht durchgegangen. Nein. Hat es aber umgeschossen. Jetzt möchte ich mit dem blauen. Okay. Die Spannung steigt. Wird der blaue Bolzen auf 3 Meter durch diese Schaufel durchfetzen oder nicht? Ich bin so gespannt. Schreib einen Kommentar. Bitte. Na. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Da. Da an der Stelle. Und ist rübergefahren. Rübergefahren zu meinen Tabakpflanzen. Eine billige Eigenwerbung. Ich kann. Es gibt auch ein eigenes Buch bei mir. Wo ich dir zeige. Oder wie ich dir zeige. Wie man Tabak selber im Garten anbauen kann. Aber ganz legal. Alles ganz okay. Da ist er. Der blaue Bolzen. Der ist rein. Und dann rübergefahren zu meinen Tabakpflanzen. Glücklicherweise ist ihnen nichts passiert. Und wenn du durch so einen Ytong Block durchkommst. Ich weiß nicht. Sind das 5 cm. Oder 7 cm. So irgendwas. Da schießen wir jetzt drauf. Ich bin gespannt. Also mich würde das sehr wundern. Wenn das funktionieren würde. Ich habe jetzt einen blauen Bolzen sozusagen eingebaut. Und schauen wir mal. Da steckt der blaue Bolzen einfach drinnen. Also das durchschlägt er nicht. Gut. Also hat die Ytong doch einiges. Ja. So ein kleines Loch reingemacht. Und was ist mit einem Lochziegel? Ich glaube das kann ich da durchschießen. Also beim Ytong war ich mir ja ziemlich sicher. Oder da habe ich es schon geahnt. Aber da. Jetzt könnte ich mir vorstellen. Bei so einem Ziegel. Ich gehe jetzt da durch. Schau mal. Schau mal. Schreib mir einen Kommentar was du meinst. Also gut. Das hat jetzt diesen blauen Bolzen komplett zerstört. Schau mal her. Ich meine er ist drin gesteckt. Ich weiß nicht wie weit eigentlich. Er hat nur den ersten. Die erste Kammer durchschlagen. Und jetzt schaut einmal an. Also die Spitze ist komplett verbogen. Hinten. Der ganze Druck. Der da. Das fährt da rein. Das vibriert. Da ist auch die Nocke rausgefallen. Also. Das ist alles. Also den kann ich jetzt kübeln. Also. Ja. Selbst so ein kleiner Lochziegel. So ein hohl Lochziegel. Oder wie die heißen. Ich habe keine Ahnung. Schreib mir einen Kommentar wie die heißen. Also. Da kann man nicht durch. Ja. Ganz schöne Unordnung habe ich da jetzt. Aber das war es wert. Das zeigt dass die Edda mit den 130 Pfundbogen wirklich wirklich Wumms hat. Und ja. Ich mag dich einladen. Wie gesagt. Noch einmal. Dich zu den Bogensporter und Armbrust Newsletter bei mir einzuloggen. Da kommen immer wieder exklusive Reviews. Exklusive Videos. Die ich hier auf YouTube nicht hochlade. Und da werden wir uns auch den Vergleich einmal anschauen mit den 90 Pfundbogen. Also. Schau dir das an. Natürlich die Edda. Jetzt im Juli 2020. Wo ich das Video mache. Ist die bei uns vorrätig lagern. Weil mich viele anrufen und sagen. Hast du die? Ja. Wir haben die. Also. Schau ganz einfach vorbei. Das war es. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mir einen Kommentar. Abo nicht vergessen. Da geht es zur Edda. Bei mir in den Shop zum Kaufen. Ein anderes Video. Hat mir gefreut. Dein Rade Osman. Bis bald. Und. Newsletter anmelden.